Die Gemeinwohlökonomie will eine vollständige Wirtschaftsordnung sein, die alle Elemente eines kompletten Wirtschaftsmodells beschreibt, eines rechtlichen Wirtschaftsmodells, das eine Alternative sowohl zur kapitalistischen Marktwirtschaft als auch zur zentralen Planwirtschaft sein möchte. Das Bedürfnis nach einer neuen Wirtschaftsordnung ist mittlerweile bei der Mehrheit der Bevölkerung angekommen. Es gibt immer mehr Umfragen, die zum Ergebnis haben, dass sich 90 Prozent der Menschen eine neue Wirtschaftsordnung wünschen. Das ist eine kleine Sensation aus meiner Sicht, weil ich glaube, es hat nie in der Geschichte des Menschen einen Zeitpunkt gegeben, wo neun von zehn Menschen bewusst eine neue Wirtschaftsordnung gewünscht haben und die Gemeinwohlökonomie erfüllt diesen Wunsch.